Warum Europa die Ukraine geopfert hat, von Arta Moini. Die Ukraine-Politik des Westens scheint einen Wendepunkt erreicht zu haben. Washington und Brüssel haben über 200 Milliarden Dollar für den Krieg ausgegeben. Diese Summe übersteigt, inflationsbereinigt die Gesamtkosten des Marshall Plans, der nach dem Zweiten Weltkrieg Europa wieder aufbaute, bei weitem. Nach dem Scheitern der im letzten Jahr mit großer Spannung erwarteten ukrainischen Gegenoffensive fällt es den Führern auf beiden Seiten des Atlantiks zunehmend schwerer, neue Mittel für die Kriegsanstrengungen bereitzustellen. Letzten Monat hat die Europäische Union schließlich ein Finanzierungspaket von 50 Milliarden Euro für die Ukraine genehmigt, aber diese Genehmigung kam nach monatelangem Widerstand von Ungarn. Inzwischen erleben kriegsskeptische Parteien in mehreren Ländern einen Aufschwung in den Umfragen. Dieser Aufschwung wird von Wählern angetrieben, die von der schweren Lebenshaltungskrise, verursacht durch den Krieg und die westlichen Sanktionen, gebeutelt sind. Der Krieg in der Ukraine war auch eine strategische Katastrophe für den Kontinent. Er hat jegliche verbleibenden Bestrebungen, dass Europa echte strategische Autonomie erreicht, zunichte gemacht. Er hat Europa zu einem Vasallen der Vereinigten Staaten gemacht und es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in seine schwächste Position gebracht. Unabhängig davon, wie der Konflikt in der Ukraine letztendlich ausgeht, hat Europa, insbesondere Westeuropa, verloren. Warum also bleiben europäische Führer so feinselig gegenüber diplomatischen Bemühungen, den Krieg zu beenden? In den letzten Wochen schlug der französische Präsident Macron vor, dass europäische oder NATO-Truppen in die Ukraine entsandt werden könnten. Nach Kritik mäßigte er jedoch seine Bemerkungen und bestand darauf, dass der Krieg für Europa existenziell sei und dass nichts vom Tisch sein sollte. Solche Behauptungen basieren jedoch nicht auf der Realität. Die Sicherheit Europas steht nicht auf dem Spiel. Russland ist nicht in der Lage, selbst die Hälfte der Ukraine zu erobern und zu halten, geschweige denn darüber hinaus zu expandieren. Der verbreitete Mythos im Westen, dass Putin darauf abzielt, das sowjetische Imperium wiederherzustellen, ist genau das, ein übertriebener Mythos, der von der Realität losgelöst ist. Trotzdem ist das Engagement der EU-Elite für die Ukraine, ungeachtet der Kosten, zu absichtlich und systematisch, um als Wahnsinn oder reine Inkompetenz abgetan zu werden. Unter den lauten Aufrufen zur europäischen Einheit verbirgt sich ein politischer Kampf um die Schaffung einer supranationalen EU-Souveränität. Dieses Ziel ist wichtiger als alles andere, einschließlich der strategischen Unabhängigkeit Europas. Macrons Sorge, dass ein russischer Sieg in der Ukraine, die nicht Teil der EU ist, die Glaubwürdigkeit Europas zerstören würde, ist verständlich. Dies liegt daran, dass er und andere Führer an einem großen Projekt arbeiten, um einen Staat von oben herabzubauen. In diesem Projekt spielt die Situation in der Ukraine eine Schlüsselrolle. Die Ukraine ist entscheidend für den Plan geworden, die Europäische Union von einer regionalen Organisation vieler Länder in einen souveränen Superstaat, ähnlich den Vereinigten Staaten von Amerika, zu verwandeln. Das europäische Establishment ist tief mit der Ukraine verbunden. Viele europäische Technokraten glauben, dass Europa Osteuropa einschließt, aber nicht Russland. Daher hebt der Konflikt in der Ukraine die geografischen und konzeptionellen Grenzen hervor, die sie sich für Europa vorstellen. Noch wichtiger ist, dass die Situation in der Ukraine entscheidend für die Ambitionen der Europäischen Union ist, staatsähnlicher zu werden und politische Legitimität zu erlangen. Da das Modell des Nationalstaats und die Idee der Volkssouveränität weitgehend als Grundlage für die Legitimität eines Staates akzeptiert sind, müssen alle modernen Staaten, einschließlich jener, die transnational oder imperial sind, eine Identität mit einer spezifischen Gruppe von Menschen etablieren. Der moderne Leviathan ist wie ein Parasit, der sich vom Mythos des Volkes ernährt. Er kann nicht existieren, ohne einen Wirt zu haben, von dem er leben und den er schließlich übernehmen kann. In der heutigen Welt, in der Souveränität und politische Legitimität auf Identität basieren, ist es die Einheit der regierten Menschen und nicht die spezifischen Eigenschaften derjenigen an der Macht, die Autorität rechtfertigt. Der invasive und ständig wachsende Einfluss moderner Staaten verbirgt sich hinter der Idee von Wir, das Volk. Dieses Konzept ist eine konstruierte oder projizierte Einheit, die die herrschende Klasse regelmäßig lobt, um ihre Überschreitung zu rechtfertigen. Daher sind moderne Staaten nicht nur unpersönlich und gesichtslos, sondern auch auf einem Netzwerk von Mythen und Geschichten über das Volk aufgebaut. Dennoch gibt es kein historisches europäisches Volk, das eine projizierte Vereinigte Staaten von Europa repräsentieren könnte. EU-Technokraten mögen die romantische Idee der Nation, die die modernen Staaten aus den Traditionen und Kulturen des 19. Jahrhunderts in Europa geformt hat, überhaupt nicht. Stattdessen konzentriert sich der jüngste Versuch des europäischen Nation Buildings darauf, eine gemeinsame bürgerliche Identität zu schaffen. Um seine Legitimität zu etablieren, muss die aufstrebende herrschende Klasse dieses neuen Superstaates eine pseudomythische, abstrakte und historisch basierte Demos schaffen. Diese Demos ist in liberalen kosmopolitischen Werten verwurzelt, denselben Werten, die sie während der Nachkriegszeit der amerikanischen Macht und des Einflusses beeinflusst haben. In Anerkennung der emotionalen Kraft des Kampfes der Ukraine gegen die russische Dominanz haben europäische Eliten diesen Kampf vereinnahmt, um die ideologischen Grundsätze zu predigen, die für sie Europäertum und tatsächlich Zivilisation selbst bedeuten. Über Nacht schien die Ukraine für aufgeklärte europäische Werte wie Freiheit, Demokratie, Toleranz und gute Regierungsführung zu stehen. Unterdessen wurde Russland in eine Art Anti-Europa verwandelt, das Gegenteil des zivilisierten Europas, die barbarische Horde vor den Toren. Wie der Soziologe und Kompaktmitarbeiter Frank Furedi geschrieben hat, ist die Ukraine nun eine Quelle moralischer Autorität und ein Ursprung kollektiver Erlösung, wodurch der Glaube an den Westen durch die Helden in der Ukraine bestätigt wird. Die tiefere Quelle der Fixierung des europäischen Establishments auf die Ukraine liegt in ihrer Position als Opfer einer Aggression durch einen größeren und mächtigeren Feind. Nietzsche gehörte zu den Ersten, die verstanden, dass die Moderne eine Ära ist, in der die Welt hauptsächlich durch die Linse der Unterdrückung gesehen wird und Identitäten durch eine Kultur des Ressentiments geformt werden. In dieser Sichtweise werden die Unterdrückten als inhärent Rechtschaffen betrachtet und erhalten den höchsten moralischen Wert. Dieses Glaubenssystem macht die Verteidigung der Unterdrückten zur grundlegenden Ideologie für die Staatskunst. Es dient als Mittel für die herrschende Klasse, Macht zu gewinnen und zu konsolidieren. Indem sie die Unterdrückten verteidigen, heiligen sie ihre eigene Vorherrschaft und legen den Grundstein für ihre zukünftige Rolle als große Befreier. Diese Opfermentalität ist zum zentralen Organisationsprinzip hinter einem Großteil der soziopolitischen Agenda der Europäischen Union geworden. Die Förderung von Multikulturalismus, Vielfalt und LGBTQ-Rechten zusammen mit Richtlinien zu Hassrede, Einwanderung und Bildung konzentrieren sich alle darauf, Sündenböcke zu identifizieren und sozial verwundbare und benachteiligte Minderheiten zu erhöhen. Diese tugendhaften Opfer zu retten, erzeugt moralische Währung und dient als Mittel, um Brüssel zu legitimieren, was eine fortgesetzte institutionelle und bürokratische Stärkung sicherstellt. Das Leiden in der Ukraine bietet eine neue Gelegenheit, die Opfernarrative zu erweitern, die bereits die EU-Politikgestaltung beeinflusst. Die Ukraine ist zu einer mythischen Figur im Bestreben geworden, die neuen Grenzen Europas zu definieren und dabei Russland auszuschließen. Sie spielt auch eine bedeutende Rolle bei der Formung von Identitäten, die Europas neue feudale Eliten nutzen um ihre Vision von kosmopolitischen, europäischen Bürgern zu erschaffen. Dieser Prozess beinhaltet die Verminderung, Gleichmachung und letztendlich die Resozialisierung der echten historischen Bevölkerung Europas. Diese Bevölkerung mit ihren komplexen Geschichten und häufigen Betonungen von Einzigartigkeit und Spezifität werden von einer EU-Elite, die ein einheitlicheres und homogeneres Europa bevorzugt, als unerwünscht, ungehobelt und veraltet angesehen. Ihre vorgestellte Polis ist ein abstrakter, transnationaler und legalistischer Nationalstaat. Seine Bürger sind in erster Linie durch universelle Werte gebunden und werden von globaler sozialer Gerechtigkeit und dem utopischen Streben angetrieben, alle Formen der Unterdrückung zu beseitigen. Mit dem verblassenden historischen Gedächtnis an die Gräueltaten der Nazis, das ursprünglich eine kosmopolitische Union in Europa inspirierte, wird das emotionale Bild der tapfer kämpfenden Ukrainer für ihre Handlungsfähigkeit und Freiheit gegen faschistische Unterdrücker zum idealen Gründungsmythos. Dieser Mythos ist perfekt für eine aufstrebende, imperiale Nation, die hofft, ihr neues Demos in den reinigenden Wassern menschlichen Leidens zu taufen. Dargestellt als die unterdrückten Opfer, die durch den erleuchteten Humanismus der guten Europäer des aufgestiegenen Imperiums gerettet werden sollen, werden die Ukrainer zu den perfekten Subjekten für diese tragische Mythenschöpfung und konstruierte Einheit. Das europäische Engagement für die Ukraine ist ein kolossaler strategischer Fehler, den die europäischen Eliten aus der Überzeugung verteidigen, dass die anhaltende Tragödie dort ausgenutzt werden kann, um ihre langfristigen politischen Bestrebungen nach einem föderalen europäischen Staat voranzutreiben und eine europäische Politi von oben herab zu gestalten. Dies ist das ambitionierteste und absolutistischste Unterfangen im Ersatznationenbau und der Identitätsbildung, das jemals versucht wurde. Doch scheint der Preis für das Erreichen einer solch unangefochtenen politischen Souveränität in Europa das Aufgeben eines anderen langfristigen Ziels Europas zu sein, die geopolitische Unabhängigkeit von Washington. Die Erzählung von der westlichen Einheit bezüglich der Ukraine war schon immer eine Fata Morgana, eine edle Lüge, die dazu diente, den imperialen Charakter des US-Allianzsystems, seine Ungleichgewichte, die zu ungunsten Europas ausschlagen, und seine Forderungen an die europäischen Wirtschaften zu verbergen. Daher ist das europäische Statusprojekt in seinem Kern paradox. Kein moderner Staat kann wahre Souveränität beanspruchen, während er einem anderen untergeordnet ist, selbst wenn dieser andere Staat sich auf ähnliche Weise propositional, imperial und ideologisch entwickelt hat. Für den Moment jedoch scheinen ambitionierte EU-Führer bereit zu sein, dieses Opfer zu bringen. Sie glauben, dass es sich lohnt, für ein oder zwei Jahrzehnte de facto ein Protektorat Washingtons zu werden, um eine solide Grundlage für ihren neuen kontinentalen Nationalstaat zu schaffen, bis sie die grundlegenden Fähigkeiten erlangen, ihren eigenen Kurs zu bestimmen. Letztendlich zielen die herrschenden Eliten der Europäischen Union darauf ab, die Macht in Brüssel zu zentralisieren und den Einfluss der Mitgliedstaaten zu reduzieren. Sie verfolgen dieses Ziel der politischen Souveränität, auch wenn es bedeutet, wirtschaftlichen Wohlstand und strategische Unabhängigkeit zu opfern. Für sie scheint dies ein akzeptabler Kompromiss zu sein. In diesem Kampf ist die Ukraine nur eine Schachfigur. Während die Ukrainer vielleicht für ihre nationale Souveränität kämpfen, werden sie tatsächlich benutzt, um Europas neue Führer zu stärken und die unrealistischen Träume eines europäischen Superstaates zu unterstützen. Das war Arthur Moini, der Warum Europa die Ukraine opferte, in Compact las. Danke. Ukraine in Compact. Danke. 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 Danke.